Vom 17. bis 19. Mai 2021 trifft sich die nationale und internationale Branche unter dem Motto «Creating Remarkable Experiences» wieder zu den österreichischen Tourismustagen in Wien. Erstmals bestehen die Tourismustage aus mehreren Teilen. Einen Bart bildet die ATB seit Jahrzehnten die größte österreichische Tourismusfachmesse. Der von der Wirtschaftskammer Österreich ausgerichtete Wissenscampus bietet spannende Vorträge und Diskussionen zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit und verhaltensökonomischen Aspekten. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus tagen Gremien zu aktuellen tourismuspolitischen Themen. Am Digitalisierungsmarktplatz präsentiert sich die Zukunftsinitiative Next Level Tourism Austria, kurz NETA. Dort stellen rund 15 Firmen ihre innovativen Dienste für die Tourismusbranche vor.